Ich bin der Letzte? Der Letzte? Alter, das ist nur ne blöde Liste, schon vergessen? Ich wurde zum hässlichsten Jungen der ganzen Klasse gewählt. Ist doch nicht egal was die Mädchen denken. Ich bin der letzte Klasse. Ich bin der letzte Klasse? Der letzte Klasse? Ich bin der letzte Klasse. Vielen Dank.